So Jungs, direkt raus? Direkt query? Okay. Äh, wohin? Hä? Ich hab noch elf Minuten Fahrzeug zu fahren, Jungs. Oh, ne, Digga. Doch. Wo ist denn Robin? Ja, komplett lost, weil ihr nichts gesagt habt. Wir haben gesagt, direkt raus query. Komplett, direkt raus, haben wir gesagt. Können wir nicht dafür, wenn du gerade mit deiner Freundin redest, lol. Lol, ja, klar. Ich hab einen Legendary gefunden und lass uns warten, ich komm noch nicht mehr zu dir hoch, weil nicht irgendein Wissler gerade von hinten ist. Ach, da drüber kann ich fahren mit dem LKW. Ich verstehe zu dir nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin so eine große Bedrohung, Jungs. Ja. Den leckst du, oder leck ich gerade? Ach, COD leckt man wieder. Insgesamt. Ich finde auch schön, dass diese Augen ein komplett verkrüppeltes Vivier hat. Diese Augen mit drei Schuss. Ein Kittenmixer ist auf der Brücke zwischen den Dings. Ja, da wird auch gerade geschossen. Wollen wir gerade einmal vorbeigucken. Ich hab ne Munitionsküste. Braucht jemand Muni? Ich will erstmal laut ausrollen. Können wir? Momentan ist hier keiner. Äh, doch. Bedrohung wird größer. Naja, das ist ja klar, dass die Bedrohung höher wird. Aber momentan... Robin, verrecken wir nicht. Es lag. Ich bin hier so eklig. Gib mir Geld für Loadout, komm. Schnell, Robin, bitte. Ja, zu mir. Komm. Drop die Scheiße. Hab ich. Ach du, Bedrohung ganz hoch. Oh, es lag. So ekelhaft. Ist wieder weiter, weg. Oh, die wurden vernichtet. Braucht ihr mal Munition? Habt Munitionsküste hier. Nö, momentan nicht. Wollen wir... Ich kaufe schnell mal Platten. Keine. Ich glaube, ich hier gerade welche, Robin. Oh, es lagt schon wieder so ekelhaft, Alter. Ja, gut. Aber die waren doch gerade im roten Bereich, ne? 30 Meter links. 27 Meter, erläuft, glaube ich, zum Top. Ja. Ich glaube, es geht jetzt nicht aus. K.O. Zum Mate, kommt der noch irgendwo runter? Nice. Tschöne Jungs. Haben die Wegs mehr gedacht? Was gibt denn hier noch für einen Auftrag? Kopfgames? Man nicht? Oder was? Sniper Junge, aber mit Dings mit. Achso, ab dem 20. soll die ganze Warzone-App dunkel sein, also packt euch schon mal welche mit Thermal-Dinger drauf. Ja, bringt doch sowieso nix, die sind absolut scheiße mit Thermal mittlerweile. Ne, 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 Thermal musst du, sonst siehst du wirklich nix. Ja dann aber dieses komische Blaue und nicht dieses Weiße. Ja, ja, weil die haben dieses spezielle Event für Halloween gedöhnt. Aber ich habe auch noch mal was neues gelesen, gerade eben, die wollen ne Nuke zünden, irgendwann, also dafür ist der Leak draußen, zumindest, da zünden irgendwann ne Nuke zünden. Wann, wann? Wann? Das steht noch nicht fest, aber es wird halt gesagt, sie zünden irgendwann ne Nuke und dadurch entsteht ne neue Warzone-Map. Ja. Weißt du, was das Schöne ist? Das habe ich denen auch erst mal geklaut. Weißt, wann sie die Bombe zünden wollten? Vor, äh, circa drei Monaten. Wann haben sie's gemacht? Bis jetzt noch gar nicht. Schön, ne? Hä? Wieso habt ihr jetzt nur einen zweiten? Äh, warum nicht? Ich dachte, ihr wollt euch Selfie drauf holen. Äh, ja, ne, jetzt hab ich schon meinen Auftrag. Äh, ne, ich muss drei sogar. Leute. Was ist denn denn, Matthias hat doch, äh, selbst hier. Oh nein, ich hab, äh, Leute, wartet mal, ich hab meinen Mann verlieben lassen. I lay down my knife. Hier liegt auch noch Selfie. Oh geil, dann hol ich mir das gerade. Besonders wie keiner versucht mich irgendwie abzuschießen. Ja, sie sind ja da. Ja, trotzdem. Ich werde die ganze Zeit mit nem fucking LKW durch die Gegend. Normalerweise wird da drauf instant geschossen. Nach der Runde bin ich erstmal raus, glaub ich. Das denke ich deswegen nicht. Aber hey, ich hab fünf Minuten mittlerweile schon überlebt. Easy. Schieb mich bitte nicht an, nachher sterbe ich aus nem Bug oder so. Dann backe ich unter den LKW und dann sterbe ich. Dann bist du überfahren. Ach, das ist die Musik aus der Werbung. Äh, von diesem, äh, ne, nicht aus der Werbung. Wie hieß das nunmal? Äh, aus dem Trailer. Aus dem neuen Season 6 Trailer. Die Musik ist echt. Ich wusste doch, sie kam mir irgendwie bekannt vor. Ja. Gut, es sind aber mehrere Shreks. Ja, ja. Die tun nach und nach ihre ganze Mucke da rein. Ja, ja. Ich bin interessant. Meint ihr da hinten drinne Hockey macht? Boah. Nö, ne. Als ob die da hinten sind. Ach, guck mal. Nils, warte doch mal. Nils, wait for me. Ey, ich warte. Ich warte. Ey, jetzt ob ich die Musik höre und ich auf dem Laster stehe. Ja. Echt? Ja. What the fuck? Ey, hinten drauf. Der ist. Ja, ja. Der ist im Sneperturm. Schön, dass bei mir der Sneperturm nicht gerendert wird. Ach, stopp. Halt mal an. Halt an. Scheiße, er ist gerade runter. Ich wollte ihm gerade ein Handy geben. Okay. Er stand nämlich gerade still, deswegen. Er ist gerade da rein. Oben im Sneperturm ist auch einer drinne. Äh, die schießen auf mich? Ach was. Jungs, was habt ihr hier vor? Wollt ihr uns die Platten versemmeln hier, oder was ist der Platte? Ich hab sowieso nur zwei. Ich weiß nicht was, die ihr vorhabt. Ich will nicht fighten. Wir rennen gerade sinnlos hin und hier. Der ist rechts runter. Er ist in ein Fahrzeug gestiegen. IC, IC, IC. Die fahren jetzt rechts entlang. Ja, ja. Die sind aber nicht da. Ja, die haben... Einen hab ich. Lol, du hast sogar einen richtigen getötet. Ja. Der andere hat ne Panzerfaust und hat mich damit gemacht. Lauf weg. Try to survive, my friend. Hab den zweiten weg. Alter, die hilft gleich gerade der ganze Team aus. Wir sind nicht dabei. Irgendwo ist der dritte noch. Direkt vor mir. Der dritte hat mich. Der ist lau. Der ist lau. Richtig lau. Wir sind jetzt da. Ja, hol den mal. Der ist lau. Wo ist der? Der, wo ich gestorben bin, ist der. Robin hat ihn. Robin hat ihn. Hey, easy. Haben wir mal da Team gerade ausgemacht. Robin, hast du ihn gerade wieder geboxt? Mit Earth hab ich noch geboxt. Junge, der war easy going. Den hab ich ja schon keine Ahnung wie viel Damage gedrückt noch. Ich hab ja fast wirklich komplette Team mit dem Alleinkang. Wart um die Front. Verstehst du. Kom vorbomk. Verdeid die. Hier Soldat. Alter, wie wärs jetzt mal mit keinen Soundlicks. Dankeschön. Joa, ich hab ihn... Trotzfleisch... Gekillt. Bist du scheisse Junge! Was kannst du eigentlich? Komm mal gerade hier in den Loadout. Komm wieder runter. Alles easy. ich kann mir jetzt meinen ganzen staff noch mal wo ist der hin keine ahnung ich habe ihn verloren hat er hat eine ballina der kacken ein junge muss dahin ist bestimmt wieder im haus irgendwo eine ecke und zählt die kümel oder so x dankeschön was der ding da der zächt euch noch ein bisschen ep auch jetzt kommt ausbruch nachdem wir keine ahnung wie viele leute gekillt haben kommt jetzt ein ausbruch ich möchte schon er als ob er da drinnen sitzen bleibt er bleibt halt einfach da drinnen sitzen und wow wieder 282 leute ich seh keinen von denen am himmel das krass doch ich vorne bei superstore bei superstore ist gerade einer runter gekommen doch jetzt wird sich direkt wieder das nächste fahrzeug ja ja schon mal direkt den nächsten lkw um noch mehr leute zu zerstören mal gucken ob du bis dahin überlebt hinter uns rechts ja rechts drüben an den kleinen hangars und sein welchen willst du es ja dann komm auf geht's jungs ernsthaft zwei gegen den rest ja macht das schon ein jetzt zieht nicht mit ja schon mal jetzt den lkw ich komme nach jungs bitte nicht drauf gehen sind auch empfiehlt so auf dem dach ist einer für mich hat er echt lass mal jungs es interessiert sich jungs es interessiert sich echt keiner für mich klar junge er hat mich mehr mit der sniper oh direkt hier vor einen turken hab ich was denn hier kommt gleich noch einer das war eine deutsche frau junge war eine deutsche frau junge da sind noch zwei leute im haus ich komme jungs weil hier ist auch einer mit Herzschlag-Sensor ja der kommt gleich um die ecke da hinten ist einer elf meter direkt hier rechts oder oben auf dem dach immer noch so weit geht hier ab jungs oben auf dem dach sind welche also euer fluchtfahrzeug steht hier bereit ja nice robin ja ich würde sagen wir müssen los robin auto äh fahrzeug komm steig ein ey da ist das teamwork erst mal zwei teams in den miet und dann die fluchtfahrzeug nein dafür bin ich doch da ja ich habe aufgenommen ist kein thema ja aber jetzt hast du nicht gesehen wie wir sie gerade zerfickt haben ja gut das stimmt dafür hat man gesehen wie ich einfach nicht interessiert an allem möglichen vorbeigelaufen bin und wie sich kein einziger sich für mich interessiert hat äh so jungs wohin habt ihr einen plan mieter hinten grad hinten auf deiner ablade ab wegen deiner mucke alles klar ich fahre darüber ich weiß nicht irgendwie so richtung ich weiß es nicht dann sag mal dann oder willst du train station ich weiß es ja fahr mal von 82 sind ja schon auf 44 übrig krass nein als ob du dich aufgebockt hast ja hat er da hinten ist noch ein fahrzeug falls du willst hier ist ein leichtes fahrzeug LKW leichtes fahrzeug alles klar äh heli wo in welcher richtung Richtung heli oh ja klar ich sehe keinen mehr ein ein 23 meter hier drin ja ja bleib nicht so feuerlich auf mich ist längst bisschen ausgegangen er bei euch drin ja ne hinter dir da die richtung ne da oben drauf auf dem dach pass auf ich weiß nicht genau wo da oben komm hier komm zu mir komm zu mir komm zu mir wenn du da liegst bist du tot komm zu mir die kommen da das heißt es wär egal gewesen wo ich hingegangen wär ich wär so oder so tot äh von da drüben aber jungs ich hab ne gute Nachricht noch eine Minute aber was für Spasten müssen denn alle Hurensöhne hier mit Panzerfaust spielen oder was von wo von wo ah vom Dach oben vom Dach ja vom Dach aus genau ja ja Robin meinst du du kriegst mich gerade komm komm krieg nochmal Ja klar god nice Nice danke kannst du mich holen wie wo liegst du genau ja ich glaube ja Robin hat mich alles klar Robin hatte ich nice ja der der Wichser hält nen Hedgehog aus mit meiner Sniper keine Ahnung wieso ich Robin guck mal ach du hast sogar noch den ich werde angesnaped von denen Alter ihr kleinen Missgeburten ey als ob die mich so gut hitten wo wo wo? Alter also ist bei euch der Sniper Tom drin Ernsthaft? Ja bei euch im Sniper Tom Ey Junge ich werde aus 10.000 Drehschuhen angeschossen Wie kriege ich den jetzt da raus? Gar nicht Sobald ich da hochgehe dann sterbe ich doch Alter egal wo du hingehst du stirbst Ich werde aus 10.000.000 Drehschuhen angeschossen Haben wir keinen Raketenwerfer mit dem wir da hochjagen können? Selbst jetzt werde ich noch angeschossen Also ich kriege den da keine Ahnung wie ich den da rausholen soll Kein Plan Ist da drüben nicht ein Raketenwerfer? Ich leine mir sonst mal kurz deinen Raketenwerfer aus Wenn das überhaupt einer ist Ja sieht so aus Dann jag den mal da oben rein Es gibt kein Fahrzeug mehr Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Unterwegs Ignoriert das Fahrzeug markiert Ich will nur noch eine Minute mit dem Fahrzeug Ficken einfach nur Ja da kann... keine Ahnung Also entweder treffe ich den nicht oder der sitzt da nicht mehr Also bis vor kurzem Stand dann noch einer Also bis vor kurzem Stand dann noch einer Ja ich hab jetzt 2 Raketenrein geballert Keine Ahnung ich kann dir nicht genau sagen wo Ich weiß nur dass ich hier von 1000 Rechnungen... Vor euch! Einen habe ich da angefahren Vor eurem Haus sind welche Einen habe ich eliminiert Nice Easy Einen habe ich mal wieder mit dem Fahrzeug weggemacht Ups Hier müssen wir ein bisschen move'n Von hier können auch noch welche kommen Ja von hinter uns kommen noch welche Da waren noch eben welche 29 Meter Hier kommt gleich einer 25 Meter er kommt Oder ich bin 30 Meter Ja der sitzt da immer noch dran lassen Ich schimmeln Jungs move'n 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 Nils komm' Ja Nils Ja ich komme Ich hab mir grad mein komplettes Equipment wieder gegönnt Ja dann komm'n jetzt mal um die Ecke weil da sitzt immer noch einer dran Und ich hab'ne Mission fertig Was für'n Freiheitsaufschlag Rechts wurde geschossen Robin schießt auch wieder Auf wen? Ah auf nice Besuch Zwei Leute geholt Nice Fahrzeug kommt Fahrzeug Fahrzeug ist kurz vorm explodieren Ausgestiegen Der hat Shieldbreak da drüben Fahrzeug ist kurz vorm explodieren Der ist nach helfs weggerannt Hinter uns hinter uns hinter uns Robin Hinter uns Jungs 1-2 Shieldbreak Ausgelöscht 2-3 Ausgelöscht Alter Ja Von rechts Die Richtung Boah noch einen Boah Jungs ist kritisch gerade Intens Irgendwo Train-Session sitzt noch einer Von links? Äh aus dem Hangar raus Aus dem Hangar Warum? Wo 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 wo? Ah ich sieh ich sieh ich sieh Rechts aus dem Hangar Der hat auf mich gesessen Okay auf dem Hangar Der sitzt wieder im Hangar drin Der guckt Der sitzt immer noch da drin Zwei Chillt hier draußen Chillt hier draußen Mit sich drinnen Wir können eigentlich hier chillen Ja Ja Er ist genau vor mir Rausgekommen Ich weiß nicht wie viel der aushält mit der MP5 Alter Ich bekomm ihm nix mit Äh keine Chance Warum bleiben wir denn nicht zusammen? Wir waren zusammen Nein Natürlich waren wir zusammen Guck doch mal ich steil neben dir Junge Ja aber Matthias ist gestorben Ja weil da grad einer rauskam Da kam von hinten einer und von vorne einer Wir wurden wieder von drei Seiten gekillt Die haben sich alle drei aufgesplittet Einer von vorne Einer von hinten Einer von rechts Da hätten wir nix machen können Doch da hättest du was machen können Wie hättest du denn da was machen sollen? Die kamen von Die kamen von Drei Seiten auf uns zu Hä? Das geht überhaupt nicht Natürlich Das war ein Dreierteam Einer kam Können von links oder von rechts Keinen mehr kommen Ja ja Und von rechts kam einer Von rechts und von links kam einer Von rechts und links kam einer jeweils Ja aber wenn wir zu dritt auf einem Spot sind Können wir doch die einen Ich war doch direkt bei dir Ich war doch bei dir Ich war doch bei dir Ja aber selbst dann Wir standen doch zu zweit da Und wir haben beide keinen von denen geholt Noch nicht mal ansatzweise Weil ich zu Matthias gelaufen bin Und dann kam einer von dir Und hat dich alleine geholt Dann warst du alleine Das war ja das was die wollten Dass wir uns aussplitten Ich war doch mit dir Ich war ja aber die Dirk